Musik Das war mir eine Lehre und es war kein Spaß Hört mir zu, dann lernt ihr was So gleich selber treu Moin Moin und Reindert Ey, das glaube ich nicht manchmal Wieso bin ich denn so kacke? Ja! Trisch sch- Wow, war der gut Nooooooo Nooooooo Du warst noch nicht bei Fett Liches Deswegen macht das ganz süß Nooooooo Nooooooo Dann rennst du da krampfig rüber Und dann Ohohoho Krass, oder? Ohohoho Jeden Tag so ein Stück die Maps screamen und nur die Videos rüber gehen Ich meine, das ist geil Ich nehm die 40 Sub gibt's sehr, sehr gerne Und ich bin sehr froh, dass ich's hochgesetzt hab Weil diese Map ist wirklich bruchig Es tut mir leid, das ist f***ing verbuggt Das ist f***ing verbuggt was gerade passiert ist Ich habe kein Loch da Token, komm Digga, schick sofort Clip rein Ich guck, schick das Clip rein Das Ding ist, da ist der Beweis, dass meine Haare wirklich einfach dünn sind Ich hab mal drei Tage wachsen lassen Ich hab nicht so viele Haare, Chad, deswegen dürft ihr jetzt nicht lachen, okay? Ich hab hier schon mal ein bisschen da gelassen Ich glaub ich muss noch ein bisschen mit dem Edding nachmalen, oder Chad? Oder was sagt ihr? Ihr dürft nicht lachen, okay? Habe ich eine Gasmaske? Nein? Holt mich doch Oh nein, ich kann nicht in der Zone bleiben Oh, warte mal ganz kurz Mein Essen ist da Macht euch nicht über mich lustig 描 geht auch noch schneller Eine Pizza Margareta Droppe Käseäweiss geschnitten von einer kleinen Knoblausssoße Boah das war nicht schlecht Fast her! Eine Pizza Margareta. Eine Pizza Margareta. Eine Pizza Margareta. Wicht her! Ich muss schauen,e ich kann mich jetzt nicht mehr an irgendeinen versprechen! Neeeeeeeeeiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Ich gehe jetzt auf, wir sehen uns morgen, ich habe keinen Bock mehr, ich raste hier aus. Ja, hier, die ist für euch alle, auf Parasocial-Bahn. Hey, hey, Freunde. Also OK, genau, OK. Oh mein Gott, das ist so cool. Wir antworten den Alter. Okay, das ist wahr. Let's explain how this goes. Show the image, show the image. Ja, ja, ja. OK, OK, OK. We start over here. Empezamos aquí. Empezamos a dibujar. Una cara de demonio. We start drawing a demon face. Bro, we don't speak Spanish, man. Yeah, yeah, yeah. We start drawing a demon face and then we... Hä, wer kann das von sich behaupten? Papa Platte sagt hier mit DBD, kleine Community. Das spielt keiner. Das spielt keiner, ey. Bruder, ihr habt 5x5 Pixel verfickte Striche hingeknallt. Willst du verarschen? Ich mein, das ist beartlich. Geht so. Attackier es. Nein, 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 nein. Lass dich, lass das griefen. Oh mein Gott. Komm, fahr mal drüber. Komm. Er kann's nicht glauben. Ja, true. Er kann's nicht glauben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Let's go. Oh mein Gott. Lass doch mal. Oh, bitte. Alena, ich hab 28 Leben. Das ist nicht, nein. Ich find's auch nicht mehr witzig. Ey, nein, nein. Ich muss... Du... Oh mein Gott. Eine absolute Frechheit, Digga. Dass ich 6 Kisten ziehe und nur blau bekomme und ziehe dieser Scheiße, Digga. Bin gebrochen, Digga. Kann nicht mehr. Kann wirklich nicht mehr. Bin... Ja, zeig mir die AK. Zeig sie mir doch nochmal. Ja, danke, danke. Glaubt ihr, es gibt Leute, die sexuell erregt werden, wenn man seinen Pickel an deren Pickel ausdrückt und der ganze Eiter auf die Eiche spritzt? Bestimmt, oder? Wie heißt du nochmal? Christian. Buchsi. Johannes. Wunderbar. Also, der Gelbe, der Grüne, der Schwarze. Das kannst du gar nicht mehr bemerken. Ein Foto, okay. Danke dir. Danke dir. Boah. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Mach jetzt mal ein Security-Check. Ich hau mal ab. Ja, geil. Boah, der macht gute Mucke. Wir sind gerade richtig abgerippt. Wunderbar. Zeigt mal eure Moves. Geil. Weiter. Ja, sie ist voll die Granate im Bett. Sie macht die Blutkalt. Sie macht die Blutkalt. Trault ihr schön deine rasierten Ankerzen. Du darfst die überall hinspritzen, Digga. Sie ist eine richtige Sau im Bett. Und dann macht's endlich, Digga. Du holst dir irgendwie eine dicke Suite für 1000 Euro die Nacht. Dann legt sie dich hin und macht den Spätesstern. Dann fühlst du dich einfach an. Ah, Digga. Warte, was ich mein? Das ist einfach Betrug. Betrug. Verstehst du mich? Das ist einfach Betrug. Das ist Verbrauchertäuschung. Ich hab sowas schon mal gemacht. Ehrlich? Da hatte ich deine fette Mutter auf meinen Schultern. Ey. Dieser Idiot. Dieser Idiot. Dieser Idiot. Kannst du mich grüßen? Dann haben wir heute Geburtstag. Alles. Grüße. Si, Senorita. Was machst du, wenn du zu Hugo gehst und dein Zimmer nicht aufgeräumt ist? Hättest du mich gestern fragen sollten, da hatte ich noch ein Gürtel an. Spass. So. Habe ich morgen irgendwas vor? Nö. Ich bin ja als G-mo. Nö. ARD Text im Auftrag von ôn